Gegen vier schon, aber schöne Rotation von Vic. Drei Leute schon an A. Ah, Keef. Warum wollen wir Keef sehen? Tapsen mit dem Doppelkill durch die Smoke kann hier hinten am Delta immer noch stehen bleiben. Ein Spieler schon im Spot, aber Tapsen macht Frack Nummer drei. Dennis zielt ihn ab. Kill Nummer vier von Tapsen. Und er lebt noch Speedy. Im One on Three. Tapsen flefft sich vor. Da ist das Ace von Tapsen. Da gibt's die Ratsche. Denn das war stark gehalten vom Delta hinten. Auch dass er Dennis holt, der ihn eigentlich abzielt.